Mein Name ist Ronja Kemmer, ich bin Vorsitzende der Jungen Gruppe der Unionsfraktion der Abgeordneten unter 35 Jahren. Ich bin auch nicht gleich einer Partei beigetreten, sondern erst eben der Jugendorganisation. Aber es war so irgendwann der Moment da, mit 18, 19, wo ich mir dachte, Mensch, es sind jetzt so viele super spannende Themen und es ist auch super interessant zu diskutieren, aber ich will irgendwo mitmachen. Und dann habe ich mir die Jugendorganisation angeschaut und habe dann gemerkt, okay, in dem Fall bei der Jungen Union ist die größte Schnittmenge, da trete ich jetzt mal bei. Aber es hat dann schon noch zwei Jahre auch gebraucht, bis ich dann in die CDU eingetreten bin. Naja, die Parteien oder eine Partei, wenn ich dabei trete, muss ich dann da 100 Prozent von dem Hut finden, was die inhaltlich sagen, welche Partei passt überhaupt zu mir. Ich glaube, das sind so ein bisschen die Hürden, warum viele Leute oder junge Menschen, ja, nicht ganz natürlich sich viele Parteien engagieren und warum wir daran arbeiten müssen, dass das wieder besser wird.